Thomas Meunier möchte Borussia Dortmund wohl verlassen und der FC Barcelona zeigt Interesse an ihm. Und laut neuesten Berichten wäre Barcelona wohl bereit, Serginio Des gegen Meunier einzutauschen. Im Folgenden schaue ich kurz mal drauf, wäre das ein guter Tausch für Dortmund. Also erstmal an sich, Meunier ist mit 30 natürlich schon ziemlich auf seinem Zenit, beziehungsweise eigentlich schon darüber hinaus. Während Serginio Des mit 21 auf jeden Fall noch Potenzial mitbringt, war ja damals ziemlich gut bei Ajax, ist dann zu Barca. Ja, hat mehr oder weniger überzeugt und war auch öfters verletzt. Was dann das Spielerprofil angeht, sind sie sich beide ziemlich ähnlich. Natürlich ist Meunier größer und auch physisch stärker, während Des halt physisch eher schwach ist. Dafür aber ein enormes Tempo mitbringt, was Meunier auf gar keinen Fall hat. Und das ist was, was Dortmund in der Defensive auf jeden Fall fehlt. Also das wäre auf jeden Fall schon mal was, was für Dest spricht. Meunier und Dest sind ähnlich torgefährlich. Allerdings ist es bei Meunier meist eher nach Ecken per Kopf, während Dest eher aus dem Spiel heraus torgefährlich ist. Indem er halt mal öfters Tiefenläufe hat über Außen. Auch was das Passspiel und die Vorlagen, beziehungsweise die zu erwartenden Vorlagen angeht, sind sie auf einem ähnlichen Niveau. Defensiv fällt bei Meunier natürlich auf, dass er ziemlich kopfballstark ist, während das bei Dest eher eine Schwäche ist. Ansonsten sind beide eher schwach in der Defensive und beide haben ihre Stärken eher in der Offensive. Wobei man bei Dest sagen muss, dass er auch ein recht guter Pressing-Spieler ist im Vergleich zu Meunier. Also das Tempo, was Dest aufzuweisen hat, ist so ein bisschen etwas, das Dortmund bis jetzt fehlt in der Defensive. Und Dest geht eben auch extrem oft ins Dribbling für seine Position. Das ist jetzt etwas, das bräuchte man eher auf dem Flügel vorne. Aber wenn es der Außenverteidiger mitbringt, ist es auf jeden Fall auch kein Fehler. Was dem Dortmunder Spiel noch fehlt, sind auf jeden Fall halt klassische Flügelspieler, die viele Flanken schlagen. Das hat man nicht. Und auch die Außenverteidiger bringen wenige Flanken. Guerrero bringt keine und Meunier auf der anderen Seite auch keine. Also übertrieben gesagt, sie bringen halt relativ wenig im Vergleich zu ihrer Position. Und das ist halt eben schlecht, weil man hat vorne einen Modest und wenn er zurück ist, auch Allaire. Und die müssen halt mit den Bällen gefüttert werden. Ansonsten sind sie halt nicht ins Spiel eingebunden. Und dann spielt man mit einem Mann weniger in Ballbesitz. Und ja, dann habe ich halt mal geschaut, was die Flanken bei Dest so betrifft. Aber er schlägt zum einen weniger Flanken wie Meunier und auch viel unpräziser wie Meunier. So kommt bei Meunier 36% der Flanken an, während es bei Dest sogar nur 12% sind. Also da kann man sich jetzt auch nicht unbedingt auf die Flanken, auf Modest freuen, wenn Dest kommt. Auch wenn der Name natürlich ziemlich ähnlich ist. Okay, okay, machen wir weiter. Zu viel. Ich habe jetzt auch nochmal die Statistiken von Dest verglichen mit Marius Wolf. Und die sind sich tatsächlich sehr ähnlich. Da könnte man eigentlich auch Marius Wolf hinten spielen lassen. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn man Dest holen würde, dass man einfach beide aufstellt. Und die sich dann im Spiel situativ abwechseln, je nachdem, wer gerade vorne und wer hinten ist. Das könnte ich mir gut vorstellen, denn sie sind sich von den Statistiken sehr ähnlich. Aber Marius Wolf ist dabei eher der Vollstrecker, der die Tore erzielt. Während Serginio Dest eher die Vorlagen liefert. Und das könnte sich, denke ich, mal gut ergänzen. Also jetzt abschließend mein Fazit. Sollte man aus Sicht von Borussia Dortmund den Tausch eingehen, dass man Dest bekommt und Meunier abgibt. Und da muss ich sagen, ja, Dest bringt das Spiel auch nicht wirklich weiter. Aber ich glaube, er würde sie auch nicht wirklich verschlechtern. Mit seinem Tempo und seinen Dribblings vielleicht sogar ein bisschen verbessern. Je nachdem ist dann auch die Einstellung von ihm da, dass er alles gibt. Was jetzt bei Meunier ein bisschen fraglich ist. Er möchte unbedingt weg. Das spricht auf jeden Fall alles erstmal für Dest. Allerdings würde ich aus Dortmunds Sicht den Transfer bzw. den Tausch nur eingehen, wenn man mit einem Plus aus der ganzen Sache rausgeht. Oder ich sag mal maximal 5 Millionen Euro obendrauf bezahlt. Weil viel mehr wäre es mir nicht wert. Auf jeden Fall der Tausch. Wobei bei Dest natürlich noch die Frage ist, inwiefern er sich weiterentwickeln kann. Andererseits ist er extrem verletzungsanfällig. Was bei Meunier ja eigentlich nicht der Fall war. Der war ja eigentlich meistens fit. Das soweit also meine Einschätzung zu diesem Gerücht. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Würdet ihr den Tausch eingehen oder doch eher nicht? Oder bei welcher Transfersumme? Schreibt mir ganz gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.